So Freunde, es ist soweit. Vorbei ist der Spaß. Challenge Time. So, wir kicken da Field Goals. Jeder hat einen Versuch. Ja, und sagen wir mal, wer besser geht. Dass die ehemaligen Gicker können. Los geht's, oder? Mach dich fertig. So, easy going. So, ins Kreuzheck. Geht's? Oh, der war weit daneben. Verdammt. Unentschieden. Total daneben. Wahnsinn. Kicken war ja mäßiger Folge. Jetzt geht's ran ans Werfen. Schiss, aber werfen glaube ich. Na ja, schauen wir mal. Tom Brady gegen Aaron Rodgers. Ja, genau. Ich bin wer? Keiner von Werden. Keiner, das stimmt. Also, ran an den Football. Ich weiß nicht. Okay, jetzt. Let's go. 3. Okay. Last one. Last one. 2. 2. 3. 2. 1. 0. Danke. So Freunde, das war unsere Challenge, leider schlecht für den Julian, also wir zählen nochmal zusammenkicken, war relativ enttäuschend, 0 zu 0, danach werfen, 1 zu 0 für mich, jetzt haben wir noch catchen, also fangen. Julian, schöne drei Catches, ich leider vier, deshalb Julian hat verloren und bekommt die Loserkrone des Tages. Übrigens, unser Wetteinsatz war, der Verlierer darf den Rest des Tages mit dem schönen Teil herumrennen, deswegen Julian, bitte. Ciao, hat Spaß gemacht, nächstes Mal mache ich dich fertig.